Porsche's Fiction! Lieber Jens, wir nehmen für dich heute stellvertretend den ersten Platz bei Reiners Porsche-Treffen an, weil du ja schon zu den Hecktrieb lernen musstest. Trotzdem, ich nehme das für dich in Empfang und du kannst es jederzeit bei mir abholen. Und Michael, du hast den zweiten gemacht. Die weiteste Anreise, nicht den zweiten Platz, sondern den Preis für die weiteste Anreise. So, die Porsche 912 Group hier bei Rainer in Lübeck 2015.